Mein Engel hat Liebe im Herzen, Schnee in den Augen und Pfefferminz im Blut. Happy Birthday, Kleine. Das ist er. Vielleicht war es ein Irrtum. Nummer 3, Nummer 5, Nummer 4. Die Beweislage ist für die Eröffnung eines Hauptverfahrens nicht ausreichend. Riley North ist vor 5 Jahren einfach verschwunden, komplett untergetaucht. Und was hat sie in diesen 5 Jahren gemacht? Trainiert. Heute, vor 5 Jahren, wurde ihre Familie ermordet. Sie ist wieder da. Die Kriminalität in dieser Gegend geht nicht zufällig zurück, sondern ihretwegen. Findet sie. Wenn einem alles genommen wird, wird man ein anderer Mensch. Sie wird in den sozialen Netzwerken gefeiert. Du bist allein und unterlegen. Was soll das eigentlich werden? Ich krieg euch alle. Und alles weitere lasse ich auf mich zukommen.